hallo ihr lieben ihr seht es wird wieder ein acrylic pouring video das ist dem geschuldet dass ich halt unheimlich gerne das aktuell mache und mich so ein bisschen ausprobiere also verzeiht mir falls es euch auf die nerven geht sagt gerne bescheid aber ich lieb es halt echt sehr und ihr seht ja auch jedes bild sieht anders aus und dementsprechend ist es halt tatsache immer wieder spannend und ja ich zeige euch das anmischen immer so ein bisschen mit aufgrund dessen da das einfach so ein bisschen dazugehört wie mache ich es und ich habe mich so ein bisschen aktuell festgelegt auf dieses schichten einfach weil es ein stück weit für mich aktuell die schönsten ergebnisse gemacht hat und genau also dadurch war das dann für mich auch in ordnung und genau die hier schichte ich halt wieder meine tollen farben wie gesagt ich liebe sie sehr sie gibt es aktuell bei amazon nicht und dadurch habe ich kann ich euch das leider nicht verlinken weil es dieses set so aktuell nicht gibt was ich gekauft hatte und ich werde demnächst noch mal mit anderen farben mich ausprobieren und dadurch schauen wir dann mal ob ich euch die setzt dann auch verlinken kann weil die farben sollen natürlich auch passen ich möchte dass die auch gut sind wenn ich sie verlinke und nicht einfach weglassen und ursprünglich muss ich auch dazu sagen wollte ich eigentlich ein weihnachtsvideo hochladen mit sets aber ich habe tatsache drei kleinere sets mit denen ich aber so unzufrieden auch war dass ich euch nicht drei unzufriedene set zeigen möchte ich möchte gerne mindestens ein zufriedenes set mit reinpacken das heißt geduldet euch noch mal eine woche ich hoffe dass ich es jetzt die woche noch schaffe dann das ganze zu machen und damit dann hoffentlich eins von den sets was ich mir geholt habe wo ich mich echt drauf gefreut habe dann auch hoffentlich ganz schön wird und ja also drückt mir die däumchen dass das diesmal dann funktioniert aber ihr seht schon ich habe ganz viele unterschiedliche farben mit bei gehabt diesmal und für mich tatsache auch eines der schönsten bilder die ich jetzt habe die das bild habe ich zum beispiel auch mit auf arbeit genommen und habe es dort jetzt hingestellt und genau ihr seht schon ich habe auch hier wieder meine kleinen schnapsgläser sage ich jetzt mal damit dass gut abtropfen kann dann wenn ich es fertig gemacht habe und das macht sich halt auch am besten letztendlich das so ein bisschen hoch zu stellen damit eben das nicht an der unterlage festklebt dann wenn es trocknet und ihr seht schon ich liebe ja dieses wenn die farbe da den becher runter läuft wenn ihr es mal ausprobiert schreibt mir gerne mal rein ob euch das auch so geht habe in der zeit dann schon ein bisschen aufgeräumt während das runtergelaufen ist und gleich kommt das tolle erlebnis wenn man diesen becher dann wegnimmt das ist jetzt übrigens auch alles in echtzeit das anmischen und so das habe ich alles so ein bisschen beschleunigt und aber das habe ich jetzt tatsache in echtzeit gelassen weil ich glaube dass das halt auch wichtig ist wie lange lasse ich es teilweise runterlaufen und damit ihr so ein bisschen so ein gefühl dafür habt was dann so in der phase dann das wirklich ein bild herstellens dann ist ich finde den effekt so toll ich habe übrigens die farben auch wieder mit silikonöl angemischt und das weiß ist tatsache ein bisschen schwierig ich habe mir jetzt neues bestellt ich hoffe dass ich damit jetzt wirklich wieder besser klar komme ich habe dieses weiß nie so flüssig hinbekommen wie ich es gerne gebraucht habe aber wie gesagt ich finde das bild ist im ergebnis ohne zu spoilern ich finde das ergebnis toll ja wenn euch während ich jetzt hier meinen meiner farbe hin und her und verteile wenn euch das video gefällt oder auch mein kanal oder generell die videos lasst mir gerne ein abo da oder ein däumchen nach oben ich freue mich tatsache sehr weil das so ein bisschen zeigt ihr guckt die videos ihr mögt die gerne auch ein kommentar ich freue mich riesig und wer mein letztes video gesehen hat mit dem epoxy tat meine freundin hat sich bedankt und sie hat sich tatsache gefreut über die sachen und dementsprechend hoffe ich natürlich dass euch das video dann auch gefallen hat wie gesagt meine freundin hat das geschenk sehr gefallen und hat das auch schon bei sich ordentlich in ihre wohnung mit integriert ja ich versuche immer so ein bisschen ihr seht ja da sind so die zellen schon so ein bisschen entstanden und versuchte einfach so ein bisschen die zellen auch zu behalten aber will auch eine gewisse farbe halt auch behalten das ist tatsache nicht immer ganz so einfach wenn ich ehrlich bin manchmal geht mir eine farbe abhanden aufgrund dessen weil es dann runter läuft die ich tatsache sehr gerne behalten hätte aber vielleicht bekomme ich irgendwann mal noch das gespür dafür hin und wert auf jeden fall immer wieder weiter auch noch machen wie sagt aktuell sind so meine lieblinge wirklich das epoxy tarts und das acrylic pouring allerdings hatte ich jetzt auch schon mal stoffmalerei auch gemacht was ich auch echt schön finde werde demnächst auch ein ganz langes projekt oder zwei lange projekte anfangen da erzähle ich euch demnächst glaube ich ein bisschen was drüber wenn ich dann richtig angefangen habe damit ungefähr wisst vielleicht mache ich auch immer zwischenstationen wenn ich mit dem projekt fertig bin oder ein teil zumindest schon mal gemacht habe und dann könnt ihr auch schauen ob das vielleicht auch was für euch wäre wie gesagt ich lerne ja so viel neue techniken kennen jetzt seitdem ich die videos aufmachen und das ausprobiere die sets dass ich manchmal gar nicht weiß ich will so viel machen und weiß gar nicht wo ich anfangen sollen so ihr seht die kanten sind immer wichtig gerne immer dann noch mal schauen gerade so an den kairen die ecken sind halt manchmal dass man da noch mal mit der überschüssigen farbe die sowieso runtergetropft ist dass man da noch mal die ecken bisschen nachbessert damit auch dort farbe ist weil sonst sieht es einfach doof aus und aber ansonsten ihr seht schon das ergebnis ist doch der hammer oder und genau also wie gesagt eines meiner lieblings bilder die ich so hinbekommen habe und freue mich da natürlich riesig drüber wenn mir das so gelingt und wie gesagt es gelingt mir noch nicht immer also seid nicht frustriert wenn ihr es ausprobiert und vielleicht das erste bild nicht so schön wird oder vielleicht auch das zweite oder dritte das passiert also das gehört einfach auch mit dazu und ich habe dann eben manchmal schon wenn mir ein bild nicht gefallen hat eben halt geschaut dass ich halt einfach noch mal drüber male und dementsprechend ja ja ich gehe ich habe keinen sohn 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 wir nennen sich so ein küchenbrenner das heißt ich habe es da jetzt einfach mit dem feuerzeug gemacht vorsichtig sein wie gesagt feuer achtung achtung ne also erzähle ich euch glaube ich nichts neues aber dadurch gehen die bläschen so ein stück weit weg es werden teilweise noch neue zellen gebildet und wie gesagt solltet ihr jünger sein bitte lasst das die erwachsene machen dass ihr da mit dem feuer das dann macht und dementsprechend immer schön vorsichtig ich habe sehr doll aufgepasst ich bin da sehr vorsichtig immer und ja das heißt hier sieht da so ein bisschen das ergebnis ich zeige es euch gleich noch mal näher dran und liebe ist tatsache sehr aber das dachte ich schon glaube ich und ja wenn es euch auch gefällt wie gesagt gerne ein abo oder ein abonnement da ja ich bin heute auch ein bisschen finden genau gerne ein abo oder ein daumen nach oben da lassen habt ihr fragen oder so oder anregungen vielleicht auch was ich gerne mal ausprobieren soll gerne mal in die kommentare reinschreiben also auch da freue ich mich riesig drüber und versuchte auch immer sehr zeitnah auch drauf zu antworten und oder falls ihr gerne was verlinkt haben möchtet dann hatte ich jetzt auch ein zwei dreimal schon habe ich dann natürlich selbstverständlich gleich nachgeliefert den link und genau wie gesagt ich finde das bild echt toll wenn euch das video eben auch gefällt ich bin nächsten sonntag kommt das nächste video und ich lade in der regel sonntags hoch ich versuche mich aktuell so ein bisschen auf 12 uhr einzurichten und in der regel so gegen drei 15 oder 16 uhr kommt dann noch ein musikvideo was ich immer hochlade also ich lade am sonntag immer zwei videos hoch und ich freue mich wenn wir uns nächsten sonntag wiedersehen und bis dann tschüss